Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht Ne leider nicht Mach, mach, mach an doch, es lohnt sich noch Hast du das Auge jetzt oder nicht? Nein Digga, da drin liegt doch, ich seh's doch von hier Ey, man sieht's halt wirklich Rocko, jetzt liegt's wirklich da drin Ich seh's Nein, also wirklich wirklich nicht Ich seh's, ja Warte, warte, ich muss mein Müll hier in die Ecke schmeißen Ey, ja, ja, okay Okay, dann werf ich einfach noch mehr Müll rein Lass mich mal kurz einen Müll Nein, nein, nein Danny, ich seh's, komm mal zu Ich seh's, komm mal zu Ich seh's Wir sind jetzt endlich Rache Armin, ess doch mal Rass Oh, ich kann wieder reisen in die Menge Okay, let's go Ja, ich will nicht sagen, let's go Stauern Armin Armin Was denn? Hier hinter dir Das liegt da unten Armin ist das dritte Armin das liegt da unten Ich hab viel geworfen Ey, Armin, kannst du endlich mal was essen? Warte mal Ich glaub er hat's nicht mitbekommen Guck mal Ja, ja, schön Armin, bist du fulle Inventar? Hier, guck da hinten ist noch eins Dammit ein Dammit ein Ja, bin ich Ey, Lenny hat's Hey, was laberst du? Das liegt doch hier Okay, der Lava, der kommt mit Bullshit Junge, das ist in Ruhe Wenn, Armin, wenn das nächste Ding nicht aufstehen ist, Digga, dann aktiviere ich Webportal Da krieg ich jetzt einfach Scheiße Hey, wer mit Inter hilft dir jetzt sogar dabei? Schmeißt mir jetzt die Scheiße zu Ey, nein, ich bin dann gescheit in den Scheiß Müll Okay, ich soll den Scheiße zuhören Ey, Leute hält mir raus Da unten ist es oder weh? Nein, nicht darunter zuhören Auf keinen Fall Ja, 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 ja Hört auf mich jetzt hier zu Dingsen Mein Wasser ist weg wegen dir Mehl Mehl Du grüßt mir jetzt ein Scheißwasser, bitte Du solltest das im Inventar, Armin Ich hab mein Wasser einmal weggeworfen Und mein Wasser ist wegen euch von weggekommen Oh, hier rein einfach Ja, ich hab zwei HP Armin Ey, Junge, guck, er greift mich schon wieder an Armin Ja, warum, das ist die Mehl Ich hab mich so low Weil du mich hier wieder angegriffen hast Warum hast mich hier angegriffen? Warum hast mich gerade auch nicht erscheint? Nein, Armin, du sollst das auch wieder da oben rein Ja, ja, passt, passt, passt Oh, ja Alter, das ist richtig Teichste fehl mich Ja, das ist wieder mit Das ist wieder mit Oh, hier Ficker Eistexte fehl mich bitte noch mal Ey, du bist noch da, du Knecht Geh Oh, Leute, so los Let's go Ach, Degall, Lenny, du dummer Giusten sohn Wir töten Lenny ab sofort, okay? Hallo Lenny, Armin, das ist der Badehänder Drache er ist aber nicht komplett wir sind in zwei unterschieden dimensionen kann man stirbt am sky of the rod ja aber was passiert dann da ist der komplett dann verlässt du deine ganzen items ich hab kein zweites spür auf ihn mach dich deine bü aus und hör auf eine zu gucken eisig kannst du mich durch dimension tp'n? Junge bist du dumm ja aber warum schieben auch mal sky of the rod warum stirbt man durch den sky of the rod an Fallschaden doch tut man ich bin doch gerade offiziell dann gestorben ja du Hurensohn Drache warum spielst du dann auch eh auf mich ich bau deine Türme ab also die Junge der kriegt mehr Schaden hä hast du bist auch gestorben? ja ja hä da muss mich auch tp'n da muss mich auch tp'n ich kann dich nicht tp'n du bist nicht auf dem server ja weil spiel wieder c vin Armin töte den drachen schlag ihn er baut obsidian ab hat er baut auf die Scheiß Obsidian ah er hat eine obsidian ja dann macht sie mich Schaden noch weiter nein darf ich nicht ja aber ihr könnt ja fliegen eigentlich hätte ich es auch gemacht aber ich bin dann gestorben falsch hat er hat mich hat mit seinen scheiß bogen abgeschossen es war wirklich erdenlos der block von dem stadt nicht alle von ganz er muss höher sein nein du musst du darfst du darfst nicht höher starten als zu landen jetzt mal langsam alle tüme weg aber das ist jetzt erklärt hat wenn die leiste abläuft dann ist ja aber rechtlich wie damit spielen machen schwarzen männer ich habe mir auch gefahr aber ich wollte nicht sagen wenn ihr doch keine spuren gibt mir jetzt ich habe ihn durch er mich jetzt richtig hochgeschleudert zwei millimeter die luft geflogen auf mich geschossen der wixer und einen in die mich ja aber ich werde von den ländermännern angegriffen hätte doch als gestorben bleibt sein neuestem auge stehen will ich wusste es auch schon leute haben gekillt hat man ihn also wer so dumm ist und in dieser zeug stehen bleibt den kann man nicht mehr helfen ich möchte gerne mit zur ich habe jetzt das nächste end es passiert nichts wie komme ich jetzt zu euch ich habe ein schiff ich habe ein schiff das ist meint das ist meinte jungs eines meins das ich habe die schlafen gefunden sie sind direkt am sport das war der luckyste ich werde den da so klauen ne Melich wenn du mir das taust Digga ich schwöre dann wer findet der Welt Hilfe wer findet der Welt ich komme ich hier raus aus dem aus dem Zeug aus dem Zeug aus dem Zeug Du siehst gar nix man es gibt glaube ich ne Efficient C4 Manning Spitzhacke wow äh Schaufel die hätte ich damals gebraucht Boots ich habe neue Boots gefunden ich möchte auch was bringen was mit ich möchte auch was bringen was mit ich möchte auch bringen was mit wie sehen wir aus neue Hiete bitte bitte oder immer wieder zu nix mit freundlichkeit die gab es in den knechten ein das unter ich hab's doch schon sagen er muss die schaufel ja ich mich genau ich hab's gesagt die ist geil ja aber gekehrt brauchst du gar nicht mehr hast du gesagt warte mal ich hab Lenny und Gott aus des Geistes genommen ja Lenny gekehrt und der Ender Drachenkopf ich habe ich habe in der drägen des Geldes bringt es in der Höhe nicht fliegen nur noch sechs Sekunden ich muss die Enderfälle im passenden Moment der warte warum kommt nicht ein Schiff so geil bitte auch mir eine holen bitte nach einiger da geht's weiter das war ich niemals das würde ich niemals machen ja trotzdem vor mich springen wenn ich schlag du kannst es aus für dich nein ich hab's hingekriegt naja was laberst du da war noch sucht euch jetzt eine neue Gefestung und lootet nicht meister du bist du erst hierher gekommen hast du nicht gefunden ich habe ja erst durchgerufen genau so in eine andere Richtung laufen können ja sind wir aber nicht weil es nur eine Richtung gab und spawn aus gut wenn ich jetzt noch eine finde da halte ich die 2d lütre das ist meine rocke natürlich wieder nichts hat er aber ist garantiert beim schiff und beim turm kann eine sein oder nein 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 aber mach doch mein ding drauf jump dins du es ey die kann er kann nicht mal reden oh hier sind solche schalkerboxen ja ja die sind freundlich oh oh 1x hat mich mal zu töten warum darum wenn ich sterbe habe ich einen preis warte mal log of the sky plus elite reißel ist auch nice warum das ist mein mann weil ich kann es halt immer wieder zünden ist wie nur entlöse rakete wir brauchen gar keine raketen ich habe einen ganz hohen er hat es auch gesagt der domkopf wie komme ich hier auf so eine festung es gibt etwas das nennt sich beine kennst du das das ist das schiff oder beine ah i6 das war ein bug ich habe schlecht eingegeben aus Versehen ich gehe mal du aus Versehen schlecht tp ein ein letztes mal ein letztes mal für die pferde er ist zwei frei für mich warum aus 2 2 2 habe ich noch falsch was geht was geht was geht du hast aber mich nicht tp ich weiß wie bei dir tp 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 der behält leute der mit der ersten minütung für armin eine betuchen aber weiter ja mache ich doch nee warum man nicht was für armin vielleicht finde ich mal eine gute hose oder gute schulen verzaubert oder für mich und eine zweite die du dann mell ich verkaufen kannst hey halt wie talk wenn er mich dafür wenig zwei netherriding gibt für eine bierhose wird wahrscheinlich protection 2 er meint elitra also für eine diahose hey junge wie kommst du da hoch ich weiß jetzt schon was genau passiert ist alter ja ja so kurzer hoch armin doppel lehrtaste wenig verarscht wir haben eine starben dinge ist viel zu nett zu ihm das bockt sich gar nicht natürlich richtig auch nicht oh mein gott wieder fast gestorben ich nehme mir jetzt ein falscher scherping im lot of sky okay gut nein 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 man darf über sich über man darf über sich über man kann die du billig gezeigt an war nur kein ja das hat ja auch schon fünf mark wert irgendwie darf ich nicht unter dem da ist der dritte das ist das von lenny was er damals geludet hat ja ein schiff mal ist früher als ich war nun ja auch wenn er kann wenn die ss wort auf das geil wie eine leichte rakete oder wie eine starke nicht gut egal weil ich sage nicht zu stark ich glaube er dass sich das nun aber jetzt ist gar nicht wie ne ja es musste sich halt nur nach oben aber danach kann man so nach unten machen gerade aus die sache ist halt ganz dann wahrscheinlich hier den pokémon essen ja da ist der zweite tp drin ja das hat wirklich sagen wollte er ich weiß du hast du gehört ich bin sohn hurensohn oh mein gott nein leute steiße alter armin was machst du da er hat eisig wohl nicht gesagt habe zwei was war an was habe ich bei sex ja martin fein nach oben enter schnell nein nach oben und dann entweder sich zu mir denn ich könnte sagen dass das ding schon gelootet ist in dem rosa hat auch die blöcke ab das ist dann eine zweite gespawnt auch alleine was ist für die litra weil ich jetzt nicht wieder zum end laufen will und dann sterbe ja meine liter ist fast kaputt und ich habe noch keine andere ist mir auch viel zu dumm als vorsichtig ist aber ein block vorher auf dem block gefahren ganz zeit ich will auch gleichberechtigung einmal jetzt laufe ich wollte ich einfach zurück aber dich verrechnet hast du dich sagen tp ist mir jetzt einmal mit dem master und würde ich mich nicht so stylisch und nicht ändert werden und kann mich ja egal wie wenn ihr leider aus würde ich habe jetzt meine erst mal noch ein wending buch wir haben im ending das und jetzt muss ich ändern dass man sich bei der woche natürlich wenn du bist mir was schuldig armen wenn ihr hinter mir herlaufen nächste fester wohl kommt das meine das muss jetzt in der richtung laufen und wenn ich nur die kiste die können wir machen wenn er eine findet und steht dann schenken ihm einfach eine lüster der 1.2 hat noch mal wieder eine schenke kaputt ist wie oft denn noch du kannst das macht muss deutsch lernen erst mal von euch wirklich was ist los soll mir legt der loser kann ja noch mal die koordinaten vom endings verscheiden darf ich noch mal zu dir rabid vibrator zu sehen kann man die nicht mehr mit sich auch zu der 6 aus fern ist warum schafft das 6 nicht passiert ihnen das immer wir können noch mal für flaschen und klärweg auf maximale stufe werden hier für flaschen macht doch sie ist groß und wenn du die über siehst dann ist schon die meisten die in der perle irgendwie so ein tier was in den speziellen die jungs worden zurückgefunden die portale zurück hier war noch nicht wirklich gar nicht ohne kippen wird gespielt hatte ich mal lust drauf gehabt der gab es nicht mal so wir brauchen ende augen ist natürlich nach dem wir in der menge ich glaube meine ender teile jetzt guck einfach hier holt sich an ende auch mal gesagt freundlich nur noch ein blaze oder die rennt weg wegen wegen feuer ich habe drei momentan ich werde der tipp haben sie kommt beteiligt ja nein alter na übel die erste junge spinne da ist ein golem gelehrt das sind sieben bekommen ja ich habe zwölf bekommen war da ich schwöre ich habe sie zwölf plus sie mich glaubt ihr warte ich glaubt ihr nicht erzählt pro sieben sind 19 was ist die herrte von 19 leute kann ich nicht neun neun und dann hast du kicks 2 nur äh wieviel hast du jetzt 13 na ich hab doch gesagt ich hab doch drei schon von vorher gehabt so sonst musst du mir auch voll mit deinen 16 teils möchte ich dabei ich habe meine drei drei mit dir auf und zu 60 ich habe ja auch zwei steine gebaut ich bin sehr nervig ah das ist einer verbrannt der gar nicht der wichser nein danke für den schlag ich bin aber es macht doch nicht den hagen wir haben keinen anbrechen manager was sollten der kack jetzt wie sie hast du warte ich habe ich habe ich habe ich habe was ist ich habe also ich habe ich habe ich habe keine ahnung insgesamt ja wir waren einfach pipa puh und keine am ende ungefähr okay jetzt wir brauchen nicht nur wenn wir brauchen vor allem an printing nein mach ich doch einfach anbrechen ist nicht so schwer ich hätte beleidigt war halt ein maut ich brauche kein von den beiden ah ich fände auf nicht ich werde nämlich mit Mahners Volk bleiben ok ich geh jetzt K24 hier komm mal her komm du her du hier wie vielfarmst du hast was ich guck dran also noch an aber wie vielfarm aber wie vielfarm ist ich habe es ja ich habe es ja ich habe es ja ich habe es ja Armin guck mal nach wie viele Ender Pellen du hast so ich habe es ja was ich weiß wie viel hat er also Looting auf dein Schwert 5 der hat noch 5 er ist doch er killt doch seit 20 minuten ja wir sind nicht so viele der du killst hier doch ganz ehrlich siehst du in einer wie ja aber bei dem sind echt nicht viele ach du und da schlick dich einer hör auf ich nicht zurück schlagen nicht zurück schlagen ja da habe ich schnell ein Stück ey ey krass gleich 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 eine frage hat jemand Armin die Decke gemacht oder ist er selber auf die Wege gekommen ich habe nicht selbst die Idee Junge du nimmst mir die ganze Fliegerflecken ne ich bin ja nicht mal bei dir am Anfang am Anfang bei mir abgeguckt ich habe nicht mal ein Ding so äh komm her mir noch so sei ganz stolz mal meine eigene Idee da ja hallo boy oder er wird zu mir wenig wenn ich wenig 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 million miriam Maximilian Mählich Max De und Mählich Okay, dann ist das halt aus. De. Dotcom So, ein Stackglas wird nicht reichen. Gibt es überhaupt Malerglas, was man in Dings wirft? Äh, glas, da. Ich weiß nicht, wie lange muss man so suchen für einen durchschnittlichen Schiff? Stunde, zwei. Mein Glück noch mal an der Meise. Nee, der war das kein 20 Minuten. Kann man irgendwie so X-Ray für Schiffe machen? Nee, es geht ja darum, dass er nur Ränder, das ist nicht hochgelegt. Ey, boah, Digga, bist du. So, Lenny. Mann, bist du Lenny. Was heißt, dass er das eher ernst genommen hat? Um dass er selber einfach zu viel denkt. Der leckt nicht. Der leckt gar nackt. Richtig, der backen Schildkuchen. Hat sich so gelohnt, mein Schildkuchen-Penis zu nennen. Ah, ich hab ihn noch gelohnt. Alles gut. So, weg damit. Ah, nun, wir haben vier Arbeitslose geil. Arbeitslose. Ah, die Tochter ohne haben wir auch noch mal. Ah, ich dachte, du zitzt noch im End. Nein, mein Lüttro darf das noch nicht. Nein, vor zehn Minuten ist er schon geliebt. Das ist mir doch nicht aufgefallen. Ich weiß nicht, dass er es nie mitbekommt. Nein, Hilfe, Hilfe. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Hallo. Ich sterbe. Also, ich will nur einmal versuchen, über eine Klippe zu gehen. Ich habe mich auch wieder in der Oberwald. Warte mal, was? Rokko, eisig zu welchen Richtungen lauft ihr? Keine Ahnung. Eisig zu sehen, glaube ich, in der Normen. Ich brauche Dias und Kohle. Angucken. In welche Richtung lauft ihr? Ich brauche Dias und Kohle. Rokko, in welchen läufst du? Weiß ich nicht. Ich bin nur nicht. Nein, ich will ja nicht, dass ich in die gleiche laufen muss. Ich habe schon gesagt, ich bin schon raus. Nein, ist nicht. Je nachdem, von welchem Standort man, wenn ich nachdem, von welchem Standort man läuft. Ich will keine Elyka. Verstehst du, Melek? Ja, weil, als ich gesagt habe, mich da zu dir tefet. Ja, ich bin, warte. Ich glaube, es läuft zickzack. Gerade laufe ich in Westen. Okay, ich laufe Westen. Westen, der Westen. Ja. Ja, von Japaner standen. Ich muss mich ganz fragen, ob ich meine Elyka 1 finde, tippe mich sofort zu. Dann zeige ich einfach nicht, weil ich halt finde. Ja, aber dafür habe ich nicht. Ja, ich habe Discord X-Rain an sich immer, was du siehst. Ohne, dass du weißt, dass du siehst, der ich sehe. Das heißt, fuck, ihr seht doch immer, wenn ich, ich schlöne. Das ist ein Minecraft. Er ist mir nicht im Beitrag markiert, Lenny. Das hat er gesagt. Benni, Er ist mir hat ihn in einem Beitrag erwähnt. Schön für ihn. Nein, markiert. Ah, ich habe was vergessen, fuck. Uh, sogar markiert, der geläubt. Armin, ich sterbe vor ich damit, ja? Armin stirbt. Die Nummer anmerkend wird in den Beitrag jetzt erst mal schlampelgeschrieben. Slash TP an Kriegsarmin. Heiner? Beleidige sie noch als Hupen, Lenny. Hier, Erde. Freu mich. Und dann brauchst du vielleicht Eisen. Endlich ein Schiff, endlich. Eisen, nimm. Ich bin free. Aber eventuell ist es toll. Purpur, äh, Dinger geklaut. Eine Frage. Ist bei einem Turm auch immer ein Schiff? Äh, nein. Nein, nein, nein. Wer hat jetzt Ja gesagt? Armin. Ich bin, wo wir immer, ich glaube, ich bin ein Ausgang. Hast du eine Castle gefunden? Ja, Ada. Aber woher willst du das wissen? Ich habe, ich höre, ja. Genauso wie sehr er weiß, dass das immer bei, äh, Castles Schiffe sind. Äh, wo habe ich mich gerade runtergedraben? Hast du nicht irgendwo ins End runtergegraben? Nein, 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 aber, äh, in der Overworld. Ach so, das lässt sich hier gemacht, schwarf. Nein, ich bin runtergelaufen. Bin doch kein Cheater. Durch Bad Rock. Was? Nein, 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 ich bin im End runtergelaufen. Ja, 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 ja. Dahin habe ich mich. Ah, hier habe ich mich runtergelaufen. Hier habe ich mich runtergelaufen. Hier habe ich mich runtergelaufen. Ah giờ, hier habe ich mich runtergelaufen. Ach nicht dumm. Ja, hier habe ich mich runtergelaufen. Oh, das ist alles gut. Ja. krass ja was sagst du jetzt wenn ich jetzt sterbe darf ich weinen ich mache die ganze zeit aufgabe ist auch wenn ich mir die koordinaten ist die 30 minuten sagt mal was zu meinen komischen zuschauern als weg für die eisies taxis aus texas das habe ich mit diesem dreckigen die es komplett ja wollen wirklich egal bei was d hd.com lp hd xd was man wirklich so eine website die die domain einfach claim so dass die verwendung kann ich bin mir auch gar was sagen wollte die dd.com.de das ist eine coole die augen bekommen die augen wirken warum ich nicht so viele ach so weiter kann weil du scheiße bist du brauchst halt dafür skill das mehr droppen das ist ein bisschen übung deswegen ist denn du genau auf deren augen schläge dann kann es sein dass man ein stack droppen probiert hey warum werde mich jetzt gekickt das soll verraten gewesen sein ich bin doch kein serveratmen ich finde nix monday das ist aber ohne badminder du willst dann der ohne melek die leute armin fand immer noch ender perlen das ist immer wofür sie sind nicht so wenn du wenn du nicht im inventar bist es geht es geht es geht es geht es geht es geht es ja auch was e armen oder erst jetzt und drückt man rechts das lila nimmst die lange links 2 weiter links ja so wie man dich ja nicht kiesblau das außen ist schon zu kiesel ich sagen ja okay gut aber das sind ja ja aber das ist ein baum grün muss ich jede zehn minuten spiel starten warum kannst du die dinger wenn du nicht weiß wo sie die daten richtig guten eisenhelms schenke ich habe ich armee das sogar mending drauf und fire protector 4 respiration 3 aber du wirst es nicht mal schaffen die benutzen zu können an welchen greift und wenn dann wirst du sie nicht mal richtig benutzen er hat schon wieder einen ausgang gefunden eine frage amerika saluting aus dem steht ja schwer gemacht ja das ist ehrenlos er versteht doch aber nicht es doch war so zigeuner und macht doch wenigstens essen seine rechte und nicht bambus als legt er die mit einer karotte aber ihn mit mit der rechten hand kannst zu recht viel benutzen dass du kannst einfach essen da reinlegen kannst du ein schwert schlagen und das zu essen und schlagen aber eben nicht wollen so schluss ihm geht nicht wie ist die das hat mich aber am meisten da will ich nicht oder geht nicht aber ich habe die erst gefunden hinter der kreis band auch ganze zeit er versteht es nicht genau das ist aber wenn man eine ender perle in die hand bitte nehmen wir jetzt in die hand ja eine rechtsklick ist rechtsklick rechtsklick nicht auf den typen komm mal weg komm auf die fläche ok ok das ist noch immer warten genau jetzt es geht und kommt mal irgendwo auf dem boden weiter weg und durch rechtsklick nicht nein 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 nicht ja ja jetzt hast du geworfen das ist ganz oft auf dem boden er kann sein dass man die es aufrufen aber alles herz ist es steht er er will wenn man von wem er zählt ihn mehlig oder so getötet netten wir zuhause ich brauche es überhaupt nicht in der perle er selber nicht entstanden er wird er haben zum flexen ich habe doppelt so viele oder dreifach so viele lassen doch du arsch gesicht bin im kreis gehört gut gemacht ist auch doof ich habe jetzt formelig und penis ich habe einen der ersten und ich habe zwei jahren jantt die tippe jantt aber nicht frei und nicht und eigentlich hat nur fünf und ich habe fast doppelt so viel wovon habe ich nur fünf nur fünf jantt die siege und ich habe zwei also doppelt so viel hast ich sehe gar nichts noch damit kann ich ihm liebe bezahlen peck die karte oder bar bei jantt die siege per bankautomaten karte oder wir bankomat bankomat karte die gaber nennen das ding eigentlich bank bankomat und nicht bankautomat ja die müssen sie abkürzen und machen von bank auf banko das ist ja noch länger als vorher also das ganze wollte ich aber bank banko die wundern sich warum wir das abkürzen warum wir die nicht mögen wir haben hitler erfunden ja das stimmt sogar irgendwie wissen es aber auch irgendwie alle leute aber trotzdem geben die uns aber nicht schuld uns kraten ja nur weil wir halt auch wenn er hier rein lassen was man die scheiße ja und flüchtlinge die die design wieder mit flüchtlingsbögen zurücklegen oder zurückstellen was wollen die hier was denn was machen die überhaupt außer zu gammeln oder sich beschweren warum deutsche arbeiten oder sich einfach nur beschweren egal ich bin ganz wichtig egal was du sagst was würde aber passieren wenn ich in der kiste abbau würde ich irgendwas daraus bekommen irgendwie obsidian aber warum das erste was mit dem zeiten zweiter man weiß ich verstehe es ja nicht mehr medica es hat nicht auf unserem iq level hat sie auch nicht verstanden herz verstanden ich habe es verstanden weil du es hat das erst mal so gefällt warum das zweite kriegt nur wieder ja weil du gesagt das erste eben ja seltsam aber war ja das stück habe ich wie viel schalke kisten macht ihr euch habe ich das erste gesagt keine ja das verstehe ich ja nicht wozu brauche ich zehn millionen schalke kisten ich habe doch nur gefragt wie viele ihr habt so ich habe verstanden wie viele macht keine macht immer ich auch keine machen wir auch keine ich habe keine ihr macht euch gar keine ich habe die hände auf ende ein ein experimenter reicht mir nur 1 ich bin mindestens 10 die musste aber richtig nervig erzählen alter das ist nicht wahr ich habe die koordinaten gemerkt ich hätte nicht lachen dürfen ja ich habe mir die kombinaten kombination verstanden ich habe aber nicht die reihenfolge gemerkt hast du schon die lüter nein dann habe ich auch wieder den fehler mit word of the sky gemacht ich kann es mir einfach nicht merken ja er leckt er selber grad ja ich bekomme man kann nicht digga armin läuft durch den busch kriegt kein schaden nein tut er nicht stimmt nein es hat geleckt deswegen tippe ich mich mal wieder armin du wirst gleich eh zurückgesetzt i6 hat geleckt ich kann nichts dafür ich weiß das ja alles wird es glaube ich ab timed out er sagt hallo ich gehe kurz wäsche machen mach wird es wahrscheinlich jetzt lang zu deiner festung was ist der was den koordinaten ich habe den f3 gesehen was sind die okkali an minus 1200 4000 gott sei dank ich sage kürzlich dass sie uns sogar richtig gut geworden oder das glaube ich jetzt was er nicht mehr ja ich sagst du mir jetzt enttippen keiner ist mehr im ende aber du kannst mich zu koordinaten tippen oder ja ich will mich auch mal schnell damit es fair ist ich kann euch aber nicht im int äh zu koordinaten tippen ja ich weiß das hat mich auch nur zum ender portal äh ich auch mich dann zu mir gehen 2 6 4 6 4 7 4 3 ja stimmt es war nicht 4 7 ja ich wollte nur gucken soll armin stipp wieder mit dir das ist ein bisschen du bist du ist warum läuft den büchern sagt dann dass es leckt hast du gedacht dass sie dich nicht kitzeln es läuft aber schnell ey wie heißt du du noch mal king und das schicht ey einer hat die kür feige lassen war das bei minus alter rocke was ja war bei minus was heißt das für ein block rocco es leckt wieder oder ey der ist überlegt schon wieder komplett ja ja ich starte immer nur oder ja sie starte mich tippen ich will nicht